Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Dieses Video ist so eine Art Crashkurs zum Thema X-Potentialfunktion, X-Potentiales Wachstum und X-Potentiale Abnahme. Alles mögliche, was ihr darüber wissen müsst, mit Aufgaben und Beispielen etc. Dieses etwas längere Video eignet sich für die Leute, die dieses Thema überhaupt nicht können oder die gerne in dieses Thema rein starten möchten oder auch für die Leute, die das Gefühl haben, sie können das Thema, aber da sind irgendwo Lücken, die sie nicht ganz nachvollziehen können. Und in diesem Video werde ich alle möglichen Lücken, hoffentlich die ihr habt, komplett füllen. Falls ihr Nachhilfe für Mathe und Physik braucht, ich gebe Online-Nachhilfe, geht dazu einfach nur auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Los geht's! Damit ich euch X-Potentiales Wachstum ganz einfach erkläre, müsst ihr zuerst verstehen, was lineares Wachstum ist. Und das solltet ihr generell wissen, wenn ihr bei diesem Thema anfangt oder in der Schule habt, denn wir wissen ja, f von X ist gleich m mal X plus b, das ist bei linearen Funktionen. Und um das ganz kurz zu wiederholen, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt am Anfang zum Beispiel 10 Euro, also wir haben einmal X, Anzahl der Tage, f von X, wie viel Geld wir haben, am 0. Tag haben wir erstmal 10 Euro. Also wir haben am Anfang, ganz am Anfang 10 Euro. Und wenn wir jetzt einmal plus 1 auf der X-Achse gehen, also wenn wir nach einem Tag gucken, dann haben wir plus 5 Euro dazu, also plus 5 auf der Y-Achse und dann hätten wir 15 Euro. So, dann gehe ich also noch einen Tag und ich bekomme weitere 5 Euro dazu. Dann habe ich 20, 25, 30 etc. Und jetzt gibt es natürlich so Aufgaben, die sagen, okay, wie viel Geld habt ihr beispielsweise nach 9 Tagen? Und der ein oder andere würde auf die Idee kommen und sagen, okay, ich rechne es einfach die ganze Zeit immer so weiter plus 5, bis ich bei 9 bin. Das Ganze funktioniert ganz gut. Problematisch wird es, wenn die Zahlen etwas größer werden. Das heißt, damit wir uns ganz viel Zeit sparen, machen wir einen Funktionsterm, der in dem Fall f von X ist gleich M mal X plus B ist. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was hat das mit X-potenziellen Wachstum zu tun? Ich komme dazu gleich. Es geht mir erstmal um das Grundverständnis, denn in der Mathematik baut sich alles aufeinander auf. Und damit ihr das Ganze versteht, solltet ihr auch teilweise lineares Wachstum verstehen. Das bedeutet, damit ich das Ganze nicht so kompliziert machen kann, plus 5, plus 5, plus 5, mache ich das Ganze einfach wie folgt. In einem Funktionsterm, ich weiß, dass ich am Anfang 10 Euro habe. Und ich weiß, dass ich pro Woche X 5 Euro bekomme. Also, 2 Wochen, 2 mal 5, dann bekomme ich in diesen 2 Wochen 10 Euro, plus meine 10 Euro, die ich am Anfang habe. Und da sich die Anzahl der Wochen immer variiert, schreiben wir für Anzahl der Wochen einfach X auf. Und natürlich addieren wir diese 10 Euro, die wir haben, zu diesem Geld, was wir je nach Anzahl der Woche bekommen. Und schon haben wir F von X. Und das ist die Form, F von X ist gleich M mal X plus B. Man kann das auch so aufschreiben. F von X ist gleich 5X plus 10. Fertig. Wenn wir diese Tabelle einmal in einem Koordinatensystem übertragen würden, dann würde das ungefähr so aussehen. Ihr seht hier, wir haben X-Achse, wir haben die Y-Achse. Und dann geht das Ganze einmal so gerade und schneidet die Y-Achse. Hier wäre unsere 10 Euro, die wir haben. Und wie ihr seht, steigt das Ganze geradeaus nach oben. Und das nennt man linear. So, kommen wir nun zu X-potenziellen Wachstum. Bei X-potenziellen Wachstum ist es genau dasselbe. Nur in dem Fall ist das ein bisschen anders. Also, sagen wir mal, ihr habt beispielsweise hier für X Anzahl der Wochen. Und bei F von X habt ihr die bedeckte Fläche von Algen in einem See. In Quadratmetern. So, am Anfang ist eine Fläche von einem Quadratmeter Seealgen bedeckt. Und jetzt wisst ihr, dass jede Woche sich diese Fläche verdoppelt. Das bedeutet, jetzt machen wir das Ganze einmal so, damit es gefährlicher aussieht. Also, wir gehen hier plus 1 auf der X-Achse, plus eine Woche, dann verdoppelt sich die Anzahl. Das heißt, nicht plus 1 hier, nein, 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 sondern mal 2. Verdoppelt mal 2. Wie ihr hier seht, bei linearen Funktionen haben wir, wenn wir auf der X-Achse plus gerechnet haben, dann haben wir hier auch plus gerechnet oder minus, je nachdem, je nach Aufgabe. Und hier multiplizieren wir. Also, dann habe ich hier 2. Wenn ich das Ganze noch einer weiteren Woche haben möchte, dann multipliziere ich es nochmal mit 2. Und dann nochmal mit 2. Und so weiter. Und da ich das Ganze immer mit 2 multipliziere, sieht das natürlich im Graph dann anders aus. Denn das sieht so aus. Am Anfang ist es ganz niedrig, aber plötzlich explodiert es durch die Decke. Und wir überholen ganz schnell den linearen Wachstum. Das bedeutet, die Aufgabenstellung könnte hier auch lauten, wie groß ist die bedeckte Fläche von Algen nach 5 Wochen. Natürlich kann man auch hier immer mal und mal rechnen, aber ich sage euch da eine Sache, bei exponentiellen Wachstum kommt ihr da tatsächlich nicht sehr weit. Und da braucht ihr einfach einen Funktionsterm, der euch das Ganze angibt. Nun, wir machen das Ganze wie folgt. Wir wissen ja, f von x, die von Algen bedeckte Fläche nach bestimmten Wochen, ist nichts anderes als, ich habe am Anfang ja 1 Quadratmeter bedeckte Fläche. Und damit ich weiß, wie viel das nach einer Woche ist, multipliziere ich das Ganze mit 2. Haben wir gerade hier gemacht. Hier haben wir 1, nach einer Woche multipliziere ich mit 2 und habe hier 2. Die 1, meine Freunde, ist unser Anfangswert a. Und die 2 ist unser Wachstumsfaktor, um wie viel das wächst, und zwar um 2. Und das nennt man b. Das heißt, somit habe ich das Ganze schon mal für eine Woche berechnet. Wenn ich für eine weitere Woche haben möchte, haben wir mal 2 multipliziert. Also multiplizieren wir hier nochmal mit 2, dann hier nochmal mit 2 für eine dritte Woche, für eine vierte mal 2, für eine fünfte mal 2 und so weiter. Und ihr seht, dass wir das Ganze ziemlich lang aufschreiben. Und das ist komplett unnötig. Denn wir haben, wir multiplizieren hier eine Zahl mit sich selber. Und wenn wir eine Zahl mit sich selber multiplizieren, können wir die Zahl einfach ganz easy als Potenz schreiben. Das bedeutet, wenn ich es nach 3 Wochen haben möchte, 1 mal 2 hoch 3, wird nichts anderes als 2 mal 2 mal 2, dann hoch 4 für 4 Wochen. Und da sich Anzahl der Wochen variiert, das ist ja keine feste Zahl, schreiben wir dafür ein x. Und ihr seht, das x steht im Exponent, deshalb nennt man auch x-Potential-Funktion. Achtet hier da drauf, f von x, dann habt ihr hier x im Exponent. Wenn der f von t stehen würde, dann müsste das t im Exponent stehen und kein x, okay? Und dieser Funktionstern, meine Freunde, f von x ist gleich a mal b hoch x, x ist sehr wichtig und das ist im Prinzip so gut wie 90%, was ihr braucht. Und mit dem könnt ihr ganz einfach Aufgaben lösen. Jetzt versteht ihr die Herleitung dieses Funktionsterns, meine Freunde. Und jetzt fangen wir mal damit an, Aufgaben damit zu lösen. Und das geht ganz einfach. 10 Bakterien vermehren sich um das 1,5-Fache jede Woche. Wie viele Bakterien sind es in 2, 5, 9 Wochen? So, hier muss uns hier mit Kolon. Ja, wie berechnen wir das Ganze? Zuallererst, ihr seht, es geht hier um x-Potential-Vaxum. Das bedeutet, ihr schreibt euch direkt den Funktionstern auf. f von x ist gleich a mal b hoch x. Das ist der erste Schritt. Jetzt müsst ihr einfach nur das, was im Text steht, einmal raussuchen und einsetzen. Also, wir suchen einmal a. Da haben wir 10 Bakterien. Das setzen wir für a ein, also 10 Bakterien. Vermehren sich um das 1,5-Fache. 1,5-Fache ist schon ein Symbol für einen Wachstumsfaktor. Und das ist natürlich mal 1,5. Es vermehrt sich um das 1,5-Fache jede Woche. Das bedeutet, die Zeit, in der wir hier gerade rechnen, ist Wochen. Und die ist natürlich variabel, also hoch x. Und dann haben wir natürlich f von x ist gleich 10 mal 1,5 hoch x. Übrigens, dieses x oben, das muss nicht für die Zeit stehen. Das kann für alles Mögliche sein. Ihr müsst es selber aus der Aufgabenstellung so herausarbeiten. Aber meistens, den meisten Aufgaben steht es für die Zeit. Je nachdem, in Wochen, Tage oder so, hängt dann von der Aufgabe ab. Jetzt habe ich also den Funktionen-Term, meine Freunde. Und das Einzige, was ich machen muss, ist einfach einsetzen. Gefragt ist, wie viele Bakterien sind es in 2, 5 und 9 Wochen. Was mache ich also? Ich setze ein. F von x ist gleich 10 mal 1,5 hoch x. In dem Fall hoch 2 nach 2 Wochen. Und dann rechnen wir das Ganze aus. So, das Ganze tippen wir im Taschenrechner ein. Und dann würden wir rausbekommen 22,5. Aber, meine Freunde, in dem Fall müssen wir sinnvoll runden. Warum denn das? Naja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir 22,5 Bakterien haben. Wir haben ja keine halbe Bakterie. Deshalb müssen wir aufrunden. Und deshalb wären es ungefähr um die 23 Bakterien. So, wenn ich das Ganze dann weiterhin nach 5 Wochen haben möchte, dann genau dasselbe. F von x ist gleich 10 mal 1,5. Diesmal hoch 5. Und das wären ungefähr 76 Bakterien. Dann machen wir weiter. F von x ist gleich 10 mal 1,5. Das Ganze dann hoch 9. Und dann würden wir ungefähr auf 384 Bakterien kommen. Natürlich tippt ihr das alles im Taschenrechner ein. Ist ultra, ultra easy. Ihr seht also, Textaufgaben beinhalten im Prinzip nichts anderes als diesen Funktionsterm. Und ihr müsst aus der Textaufgabe diese Angaben raussuchen. So, meine Freunde, nächste Aufgabe. Das ist aber so eine andere Aufgabenform, die einige verwirren wird. Aber ich werde es euch Schritt für Schritt erklären. Also, auf was wächst ein Kapital von 1000 Euro bei einem jährlichen Zinssatz von 2% in 2, 4 und 7 Jahren an? Nun, ihr müsst wissen, dass wenn es um Zinsen geht, dann handelt es sich auch um exponentielles Wachstum. Das bedeutet an unserer Formel im Prinzip, f von x ist gleich a mal b hoch x, ändert sich nichts. Einige formulieren diese Formel um und schreiben statt f von x einfach kn ist gleich k0 mal q hoch n. Aber, meine Freunde, im Prinzip ist b hoch x q hoch n, a k von 0 und f von x k von n. Aber ich mag diese ganzen anderen Schreibweisen nicht, weil das einfach die Leute nur verwirrt. Deshalb bleiben wir erstmal hier. Das, was euch jetzt verwirren könnte, ist diese 2%. Gut, der Kapital wächst auf 2% jährlich an. Aber wie schreibe ich das Ganze in der Formel? Wenn da steht das Doppelte, dann könnte ich ja 2 schreiben. An das 1,5-Wache könnte ich 1,5 schreiben. Aber bei 2%, was wäre nun b? Schreibe ich da einfach 2% hin? Und hier mache ich nochmal eine ganz kleine Wiederholung, nämlich wie man Prozente in Dezimalzahlen umwandelt. Das Prozentzeichen steht nichts anderes als geteilt durch 100. Das bedeutet, wenn wir 2% haben, dann bedeutet das nichts anderes als 2 geteilt durch 100. Und das kriegt man auch im Kopf hin. Das kann man einfach um zwei Stellen verschieben. Verschieben, dann hätten wir 0,02. Das bedeutet, bei so einer Aufgabenform mit Prozent wandeln wir einmal Prozent in eine Dezimalzahl um. Jetzt sagt ihr, okay, das bedeutet, ich suche einmal den Anfangswert, das sind 1000 Euro, und multipliziere es mit 0,02 und das Ganze dann hoch zum Beispiel zwei Jahre. Ist das dann richtig? Beziehungsweise hoch X? Da muss ich euch leider enttäuschen. Auch das ist falsch. Denn wenn ihr das Ganze 1000 mit 0,02 multipliziert, dann bekommt ihr 2% von diesen 1000 Euro raus. Aber ihr wollt ja nicht die 2% von den 1000, sondern ihr wollt diese 2% auf der 1000 drauf haben. Denn das Ganze steigt. Das heißt was? Das heißt folgendes. Das Geld, was ihr am Anfang reinbezahlt habt, ist eure 100%. Das ist 100%, okay? Auf diesen 100% kommen nun 2% Zinsen dazu. Das bedeutet im Prinzip, am Ende habt ihr 102%. Wie wandeln wir Prozent? Ganz einfach durch 100, das heißt Komma verschieben, und dann hätten wir hier 1,02. Dann hätten wir das Ganze nämlich richtig gemacht. Und jetzt müsst ihr halt einmal kurz darauf achten. Wenn zum Beispiel steht, es wächst um das 1 und 1 Viertelfache, okay? Dann habt ihr 1,25. Und hier ist es genau dasselbe. Aber hier sagt man nicht mehr 1 Halbfache oder 1 Dreiviertelfache oder was auch immer. Sondern das schreibt man das Ganze in Prozent, weil das viel einfacher ist. Und im Prinzip ist es genau dasselbe. Also, ihr müsst hier wirklich aufpassen. 1,02 hoch x. Unser Funktionsterm ist fertig. Das Einzige, was wir machen müssen, richtig einsetzen und im Taschenrechner eintippen. Also, für die 2 Jahre. f von x ist gleich 1000 mal 1,02 hoch 2. Wenn wir das im Taschenrechner eintippen, dann würde da 1040,4 Euro rauskommen. Ob ihr das Eurozeichen am Ende schreibt oder in einem Antwortsatz, hängt von eurem Lehrer ab. Aber vorsichtshalber könnt ihr auch am Ende schreiben des Ergebnisses. So, dann rechnen wir das Ganze für 4 Jahre aus. F von x ist gleich 1000 mal 1,02 hoch 4. Und das wären ungefähr 1.082,43 Euro. Und eigentlich kommen da viele Nachkommastellen mehr. Aber wir müssen in dem Fall sinnvoll runden, nämlich auf Euro. Und da sind es halt 2 Nachkommastellen wegen Cent und deshalb einfach nur 2 Nachkommastellen. Und zu guter Letztes Ganze für 7 Jahre. Da wir uns das Ganze jetzt in Prozent angeschaut haben, machen wir das Ganze einmal mit einer Sache, die allen sehr viel Angst macht. Beziehungsweise dem meisten. Und das ist, wenn das Ganze nicht in Prozent oder in Dezimalzahl, sondern als Bruch steht. Sagen wir mal, es steht, auf was wächst ein Kapital von 1000 Euro bei einem jährlichen Zinssatz von 1,5 in 2, 4 und 7 Jahren an. Okay, die Grammatik kann man jetzt vielleicht in einer anderen Aufgabe ein bisschen ändern. Aber mir geht es hier um dieses 1,5. Was macht ihr in dem Fall? Verwirrt euch nicht. Also, was muss da stehen? Muss ich das in Prozent umwandeln? Muss ich das Ganze in Dezimalzahl umwandeln? Ihr könnt das auch als Bruch ganz einfach weiterrechnen, da ihr mit dem Taschenrechner rechnet. Also, in dem Fall macht ihr ganz einfach, da das Ganze jährlich um ein Fünftel wächst, also wächst es zu unserem 100%, die wir haben. 100% ist ja wie gesagt 1, also wächst es zu diesen 1 ein Fünftel dazu. Das bedeutet, wir würden einfach aufschreiben für den Funktionsterm f von x ist gleich 1000, unser Anfangswert, mal. Und jetzt ganz einfach diese 1, unsere 100%, diese ein Fünftel. Das Ganze machen wir diesmal in Klammern und das nehmen wir dann hoch x. Easy going. Und dann macht ihr genau dasselbe. Von mir aus könnt ihr da auch ein Plus stehen haben. Dann habt ihr jetzt vielleicht eine Formel, die ihr vielleicht kennt, die ihr aber den meisten nur verwirrt. Deshalb habe ich sie rausgelassen. Und das ist 1 plus p durch 100 hoch x. Das möchte ich an der Stelle einfach nur weglassen, damit ihr nicht verwirrt seid. Aber ich möchte euch hier nur zeigen, dass wenn ihr auch Brüche habt, ihr diese Brüche eintippen könnt. Und das Ganze sofort berechnen könnt. Und dann macht ihr genau dieselben Schritte. Also bitte macht euch keine Angst vor Brüchen und Prozenten. Jetzt gibt es so eine Aufgabe, meine Freunde, die den einen oder anderen am Anfang Angst machen kann. Und die lautet wie folgt. Wie groß ist der jährliche Zinssatz, wenn aus 1000 Euro Kapital in 5 Jahren 1250 Euro werden? Okay. Schreiben wir erstmal den Funktionsterm, wie wir schon gelernt haben. F von x ist gleich a mal b hoch x. Super. Jetzt suchen wir das Ganze, wie gesagt, aus dem Text heraus. Also, wie groß ist der jährliche Zinssatz? Der ist uns nicht gegeben. Beziehungsweise, wie groß ist der Wachstumsfaktor? Wenn aus 1000 Euro Kapital, okay, also a ist 1000, in 5 Jahren, das ist x, also hier haben wir b und dann hoch 5 in dem Fall, 1250 Euro werden. Hm. Was ist diese 1250 Euro? Wo gehört es hin? Natürlich. Bei f von x. Also, 1250 Euro sind 1000 Euro mal irgendwas hoch 5. Wir haben jetzt ein kleines Problem. Was gesucht ist, ist in dem Fall nicht mehr f von x, sondern b. Und in anderen Aufgaben kann auch x gesucht sein. Das bedeutet, wie kann ich so eine Aufgabe lösen? Nun, es gibt zwei Methoden. Entweder ihr formt um, wovon ich nicht ausgehe, dass ihr es machen werdet, weil ihr Taschenrechner habt. Oder die zweite Methode ist Taschenrechner. Und bei meinem Taschenrechner ist es so, ihr geht auf Menü 3, 1. Dann tippt ihr die Gleichung ein hier. Dann macht ihr ein Komma und tippt die Variable b ein. Und dann bekommt ihr automatisch das Ergebnis. Das bedeutet, wir tippen das Ganze jetzt in dem Taschenrechner ein. Und rauskommen würde, meine Freunde, b ist gleich 1,046. Das ist unser Wachstumsfaktor. Aber wir wollen ja nicht b, sondern wir möchten allgemein den Zinssatz. Und der wäre nur diese 46. Und das wandeln wir jetzt einmal in Prozent um, indem wir mit 100 multiplizieren. Also, wir würden das Komma 1,2 nach hier verschieben im Prinzip. Dann hätten wir also 4,6 Prozent. Wäre unser Zinssatz. Schon haben wir diese Aufgabe gelöst. Also, wie ihr hier sehen könnt, kommen nicht nur Aufgaben dran, wo ihr f von x berechnen müsst. Manchmal müsst ihr x berechnen, manchmal müsst ihr mal b berechnen. Und manchmal müsst ihr sogar a berechnen. Soviel zum Thema exponentielles Wachstum. Was ist jetzt aber mit der exponentiellen Abnahme? Dazu habe ich direkt eine Aufgabe für euch vorbereitet, weil das ist überhaupt nicht viel anders. Durch die Inflation ist das Geld jährlich 2 Prozent weniger wert. Wie viel wert wären 5.000 Euro? In 2, 5, 10 Jahren. Zuallererst schreiben wir immer noch unser Funktionsterm auf. f von x ist gleich a mal b hoch x. So, dann suchen wir den Anfangswert. Das ist bei uns 5.000 Euro. Das schreiben wir hier auf. Also, f von x ist gleich 5.000 multipliziert mit b. So, was ist jetzt b in dem Fall? Sie sagen, dass es jährlich um 2 Prozent abnimmt. Das bedeutet, wie wir wissen, haben wir am Anfang ja einen Wert von 100 Prozent. Am Anfang. Es nimmt um 2 Prozent ab. Das bedeutet, wir multiplizieren es nicht mit 2 Prozent bzw. mit 0,2, sondern es nimmt um 2 Prozent ab. Also, diese 100 Prozent minus diese 2 Prozent, weil die nehmen um 2 Prozent ab. Also, hätten wir 98 Prozent. Wie ihr am Anfang gesehen habt, haben wir zum Beispiel bei den 100 Euro jetzt Zinsen plus 2 Prozent gerechnet. In dem Fall machen wir genau das Gegenteil, also Minus. Und da wir das Ganze jetzt nicht im Prozent haben möchten, teilen wir durch 100. Wenn wir durch 100 teilen, dann hätten wir 0,98, Entschuldigung, das Ganze hoch x. Schon ist unser Funktionsterm fertig. Das bedeutet, beim exponentiellen Wachstum plus, hier machen wir einfach Minus. Dann nennen wir meine Freunde, setzen ein, f von x ist gleich 5.000 mal 0,98, das Ganze hoch 2. Rauskommen würde 4.802 Euro. So, wir wollen das Ganze jetzt nach 5 Jahren haben, also f von x ist gleich, hier war das für 1, hier für 2. Der Funktionsterm ist aber in allen Aufgaben gleich. 5.000 mal 0,98 hoch 5. Das wären ungefähr 4.519,6 Euro. Und zu guter Letzt, die Nummer 3, f von x ist gleich 5.000 mal 0,98, das Ganze hoch 10. Und rauskommen würde ungefähr 4.085,36 Euro. So, und damit ich euch die Angst vor Brüchen komplett wegnehme, hier mal so eine Aufgabe, wie es ungefähr drankommen könnte. Radioaktiver Schwefel zerfällt so, dass die Masse jedes Jahr um ein Zwölftel abnimmt. Es sind anfangs 6 Gramm Schwefel vorhanden. Wie viel Schwefel sind nach 1, 5 und 6 Jahren noch übrig? Ihr seht hier, wir haben hier einmal einen Bruch. Aber zu aller R schreiben wir, f von x ist gleich a mal b hoch x. So, suchen wir mal kurz raus, was hier steht. Wir haben einen Anfangswert von 6 Gramm. Also, f von x ist gleich 6 mal, was ist b? Ihr seht hier, wie das Ganze ist irgendwie in Brüche angegeben. Wie mache ich das jetzt? Schreibe ich dann einfach ein Zwölftel und dann hoch x auf? Leider nicht. Warum? Ihr müsst euch vorstellen, am Anfang hatten wir 12 Zwölftel. Das sind 100%. Aber warum 12 Zwölftel? Was soll das? Naja, stellt euch vor, ihr habt ein ganzes Stück Pizza, also ein Stück. Dieses Stück teilt ihr jetzt in 12 verschiedenen Stücken auf. Okay, passt jetzt nicht genau, aber ihr wisst, wohin es hinausläuft. Dann habt ihr noch 12 von 12 Stücken übrig. An sich ändert sich ja diese 1 nicht, ja? Es bleiben immer noch 12 von 12 Stücken, deshalb ist es immer noch ein ganzes Stück Pizza. Also eine ganze Pizza. Jetzt steht da, dass das Ganze um ein Zwölftel abnimmt. Das heißt, ich nehme von diesen 12 Stücken ein Stück übrig und dann habe ich noch logischerweise 11 von 12 Stücken. Ich hoffe, bis hierhin ist es klar. Ihr habt eine ganze Pizza 1. Ihr teilt das Ganze in 12 Stücke auf. Somit habt ihr 12 von 12 Stücken. Ihr nehmt ein Stück weg und habt nur noch 11 Zwölftel. Das heißt, nach einem Jahr würdet ihr nur noch 11 Zwölftel haben. Das ist unser Zerfallsfaktor. Nicht die 1 Zwölftel, sondern die 11 Zwölftel. Und jetzt wichtig, wir machen das Ganze in Klammern und dann hoch x. Damit sich das x auf die 11 bzw. auf den Zähler und auf den Nenner bezieht. Soweit, so gut. Den Funktionsterm haben wir. Und natürlich ist der Rest einfach nur einsetzen. Also für ein Jahr f von x ist gleich 6 mal 11 Zwölftel und das Ganze, beziehungsweise hoch 1, also das können wir auch so aufschreiben im Prinzip. Und das wären 5,5 Gramm Schwefel. Wenn ich das Ganze jetzt nach, haben wir gesagt, 5 Jahren haben möchte, dann würde da ungefähr rauskommen 3,88 Gramm. Und zu guter Letzt, für 6 Jahre f von x, da würde ungefähr 3,56 Gramm rauskommen. Ganz einfach. Ihr seht, x-potenzielles Wachstum, x-potenzielle Abnahme, im Prinzip alles dasselbe bei dem einen Plus, bei dem anderen Minus. Alle Textaufgaben sind im Prinzip nichts anderes, meine Freunde, als versuchen, euch irgendwie zu verwirren, also großes Labern. Ihr braucht einfach nur f von x ist gleich a mal b hoch x. Ich mache jetzt für euch eine allerletzte Aufgabe, dann sind wir mit diesem Thema auch komplett durch. Ihr könnt dann auch in Ruhe schlafen. So, meine Freunde. Röntgenstrahlen werden durch Bleiplatten abgeschirmt. Bei 1 mm Plattendicke nimmt die Strahlungsstärke um 5% ab. Wie dick muss die Platte sein, damit die Strahlung auf die Hälfte der ursprünglichen Stärke abnimmt? Klingt jetzt ganz kompliziert. Wie gesagt, wir schreiben auf f von x ist gleich a mal b hoch x. Super. Suchen wir mal raus, was da steht. Wir haben hier a, ein Anfangswert von 1 mm. Also setzen wir 1 mm ein. Die Strahlung nimmt um 5% ab. Wenn es also um 5% abnimmt, dann bleibt nur noch 95% der Strahlung übrig, beziehungsweise 0,95. Und das Ganze nehmen wir hoch x. So, dann hätten wir f von x ist gleich 1 mal 0,95 hoch x. Das ist unser Funktionsterm. Die Frage ist jetzt, wie dick muss die Platte sein, damit die Strahlung auf die Hälfte der ursprünglichen Stärke abnimmt? So, und jetzt müsst ihr aufpassen. Denn x steht in dem Fall nicht für irgendwelche Zeiteinheit, sondern x steht in dem Fall für Anzahl der Platten, die 1 mm dick sind. Das bedeutet, 1 mm dicke Platte, die habe ich ein paar Mal, also hoch x, ein paar Mal habe ich die. Wie viel von diesen Platten, 1 mm Platten muss ich haben, um am Ende 50% der Strahlen, beziehungsweise 0,5 abzuhalten. Das bedeutet, 0,5 ist gleich 1 mal 0,95 hoch x. So, das Einzige, was ihr machen müsst, ist das natürlich mal wieder in den Taschenrechner einzutippen. Und wenn ihr das Ganze macht, dann würdet ihr rauskommen von x ist gleich 13,513. Was bedeutet, wir bräuchten 13,513 mal 1 mm Platten. Also im Prinzip sind das 13,513 mm. Dann könnt ihr einen Antwortsatz aufschreiben und ihr seid mit der Sache fertig. Also mal aufpassen, nicht immer f von x ist gesucht, sondern mal x, mal der Anfangswert, mal was auch immer. Ihr müsst immer auf die Aufgabenstellung achten und vergisst nicht, nicht in allen Aufgaben ist x eine Zeiteinheit. So, meine Freunde, in diesem Crashkurs habt ihr diesen Textteil der x-potenziellen Wachstum und x-potenzielle Abnahme verstanden. Ihr macht ein paar Übungsaufgaben dazu und beherrscht das Ganze. Ich bin hier nicht auf die Grafik eingegangen, das mache ich in einem anderen Crashkurs. Aber für die Textaufgaben sollte dieser Crashkurs komplett und vollkommen ausreichen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare oder auf meinen Discord-Server. Link dazu in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.